Ich war schon mal in Engelberg und gehe Skifahren. Ein wunderschöner Ort im Winter und die Leute sind tatsächlich extrem freundlich. Was mir nicht so gepasst hat, ist, dass sie mich auch auf den Skipisten mit dem Wasserschlauch abgespritzt haben. Das wäre nicht nötig gewesen, aber am 6. Juni ist eine sehr erwünscht. Ich bin froh um jeden Gruss auf der Strecke. Also jede Person, die mir vorbeiläuft und irgendetwas loswerden möchte, sei es eine wunderschöne Liebeserklärung oder gerade schlimme Beleidigungen. Bring it on, kein Problem. Einfach nur bitte nicht zu Bein stellen, das würde mich anschissen. Als aller Herz, wenn ich ins Ziel komme, habe ich alles schon vorbereitet, dann stehe ich vor dieser grosse, weite Welt und gehe in die Knie und sage, Halleluja, ich habe es geschafft. crushed. Thr zir, die wir uns durch die Knie gemacht. Das war die Einstieg. Vielen Dank.